Ein herzliches Hallo von mir und dem Doktor an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und die Map gefällt mir für den Doktor nicht so, weil die ist echt groß. Und ich bekomme mit meinem statischen Feld... ...die Leute nicht so... Also, mein statisches Feld reicht halt nicht so weit... ...dass ich viele Leute treffen würde. Ich weiß nicht, wo die dort hinten war. Das ist halt richtig mies. Das ist halt richtig mies. Sie war über mir die Etage und wurde deshalb nicht getroffen. Hier war auch noch eine Mech. Hier war auch noch eine Mech. So treffe ich die denn mit meinem Blast nicht? Gott, es wurde auch Zeit. Der erste Generator ist schon an. Generatoren sind für mich auch nicht so gut gelegen, habe ich das Gefühl. Sind sehr weit auseinander. Ich weiß nicht, was da... ...was da rum geht. Und zu saven. Wird schwer. Sehr schwer. So, das trifft ja wieder nicht, weil ich weiter oben war. Und dann bleibe ich hier auch noch hängen. Okay. Das ist nicht so erfolgreich. Nicht zu erfolgreich. Nicht zu erfolgreich. Ich hätte vielleicht bei Mech bleiben sollen. Aber Mech läuft so gut weg. Oh mein Gott. Panik auf ihrer Seite und auf meiner Seite. Ich habe letzte Runde gesagt... Ich darf halt hier einfach niemanden. Die Map ist zu groß. Die Map und Roter Wald, muss ich wirklich sagen, sind für den Doktor richtig Pain. Und ich hau daneben. Weil ich zu ungeduldig bin. Sie ist halt schon auf Wahnsinn 3. Eigentlich brauche ich sie nicht mehr shoppen. Sie ist halt schon auf Wahnsinn 3. Die laufen echt nicht schlecht. Ich habe... Probleme. Die ist hier irgendwo geblieben. Ihn zu folgen. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Als ich gesagt habe, ich freue mich auf fordernde Runden. Aber das ist eine überfordernde Runde. Wo ich es nicht hinbekomme. Die Mates in Schach zu halten. Generatoren. Ach hier. Bitte. Huch. Jetzt falle ich hier gleich noch runter. Okay. So ganz so grün wie das Gras bist du dann auch nicht, Lee. Aber ich vergaß. Ging ja wieder nicht. Weil sie in der Etage über mir war. Das ist echt... Uff. Ah, wir kriegen ein paar Haken. Nöd wär jetzt halt richtig gut gewesen. Ich weiß nicht, ob die Totems gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die Totems gemacht haben. Äh. Äh. Mac? Mac? Du siehst... Das sieht sehr witzig aus. Aber warum machst du das? Okay, sie ist raus aus dem Loop. Äh. Äh. Okay, ich musste ihr jetzt hinterherlaufen. Es sah zu blöd aus. Äh. 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 Hatte nur ich diesen Anzeige Bug, oder hatte sie den auch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das habe ich ja noch nie gesehen. Irgendwie im Loop gefangen. Oh. ahah. 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 Mac, ist wieder alles okay mit dir? Oder gibt es wieder Probleme in der Animation? Laufen durchs Haus. Ja. Sie blockt mich halt echt gut. Dann kriegst du wenigstens noch den Hit. So. Herzlichen Glück gehabt, dass sie es vor mich geschafft hat. Wieder Rang L. Letzte Woche noch Rang 10. Jetzt Rang 11. Aber ist okay. Ja, so kann es halt auch laufen. Punktetechnisch ist okay. Knapp 20.000 Punkte. Dafür, dass ich niemanden getötet habe. Und ich glaube, vier Haken. Glaube ich. Ist okay. Niemand ist gestorben. Ich bin ein schlechter Killer. Aber irgendwie war es trotzdem okay. Es war überfordernd. Das muss ich sagen. Die Map ist für den Doktor einfach zu groß. Ihr seht, ich habe mit dem Blast am Anfang niemanden erwischt. Und die sind noch dazu auch gut weggelaufen. Und haben sich gut versteckt. Ähm. Ja. Das war meine Runde mit dem Doktor. Mal sehen, welchen Killer wir als nächstes spielen. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Dabeisein. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020